UNTERTITELUNG 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 Hörst du das? Was? Das Ghetto. Der Kanal ist unser! So sieht man sich wieder. Wenn die nicht mindestens 500 bringt, dann könnt ihr uns ausliefern. Hört zu, ich kenn die Kanäle besser als meine eigene Frau. Ich könnte euch einen Ort zeigen. Wie viel? 500 pro Tag. Aber sie haben doch Jesus ans Kreuz geschlagen. So steht es in der Bibel. Die heilige Maria und die Apostel, das waren alles Juden. Genau wie Jesus. Jesus? Was ist mit dem Ghetto passiert? Das Ghetto ist leer. Ich hab nicht versprochen, alle Juden zu retten. Es ist gefährlich mit so vielen Leuten. Und wie viele von uns sind es wert, gerettet zu werden? Sagen wir zehn. Wer hat sie denn zum Gott gemacht? Gibt es da Juden für die Kanalisation? Nur Leichen. Die haben die Rohre verstopft. Du würdest es sagen, wenn sich da welche verstecken. Na klar doch. Ich kann nicht weitermachen. Du würdest weitermachen. Wenn du nicht lebst, nehme ich auch nicht mehr. das ist gut. Es ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Nuria, amarend me for all harmonia.